Vielwald, Deutschlands größter Holzhaus-Siedlung, bunte Häuser, 1500 Einwohner. Ein Jahr Vorbereitung, über 40 Mitwirkende aus allen Generationen. 85 Kostüme, aufwendige Masken, opulente Farben. Eine irrwitzige Geschichte, über 40 beliebte Melodien, tolle Stimmung, 3 Stunden Programm, viele Überraschungen und noch mehr Spaß. Das ist... Eine Borgwalder Sommernacht, eine Abendshow für Groß und Klein. Kunterbund, wir und Träume. Am 16. Juni 2012, ab 20 Uhr. Auf den Astrid-Lincoln-Platz im Borgwalde. Ich fühle dich, 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 dein Gedanzen, dein Gedanzen, dein Gedanzen. Ich fühle dich, 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 Untertitelung des ZDF, 2020